Willkommen zurück zu Let's Play Game & Wario, ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, egal. Und in diesem Part spielen wir das Minispiel Camera Diamond City Anzeiger. Wie auch bei Arrow gibt es wieder einen kurzen Trailer. Das ist ein Knöller, mach dich sofort auf den Weg, schon unterwegs! Einen Trailer gibt es mal wieder und ja, Camera, da kann man sich schon denken, was kommt. Ich weiß es auch, weil es im Trailer vorkam und in gewissen Sachen, das gucke ich mir eh gerne an, Trailer und so Zeug. Jawohl. Okay, wir müssen also Fotos machen. Camera. Perfekt. Start! Diamond City, Redakteur. Okay, es geht doch noch weiter, ich dachte, wir können gleich losspielen. Mona, ich bin's, du bist auf deiner Position, oder? Die Verdächtigen in diesem Skandal befinden sich irgendwo in der Stadt. Deine Aufgabe ist es, jeder der gesuchten Personen zu fotografieren. Aber wir haben nicht ewig Zeit, schau einfach mal aus dem Fenster. Ja, dieses Spiel kennt man aus dem Trailer und so Zeug. Sieh auf das Gamepad und mach ein paar Fotos. Zoomen, Motiv, ein, aus, weiter, Foto machen, okay. Weiter, Rekalibrierung, okay. Es gibt fünf Verdächtigen, du hast drei Minuten, um sie alle zu fotografieren. Mach gute, scharfe Fotos von den Gesichtern. Nicht angestimmt, bitte. Achte darauf, wie viele Fotos noch übrig sind. Ohne Film, keine Fotos. Also, wir haben 16 Bilder. Willst du einen Bonus, dann bring mir ein Foto von diesem bizarren Wesen. Alles klar, ich verlasse mich darauf, dass du mir echt starke Fotos lieferst. Ehe. Okay. Wow. Sieht aber voll hardcore aus. Also, ich muss jetzt diese Leute suchen, wo da unten sind. Wie sehen die denn aus? Okay. Nee. Der eine hat so komische Haare. Die da? Ja. So. Zu klein. Nicht. Was? Nochmal. Da können wir schöner. Jetzt hier. Okay. Das ist jetzt aber besser. Perfekt. Jawohl. 100 Punkte. Ähm. Wer sonst noch? So. Einer mit komischen Haaren. Der da? Nee. Die da? Könnte sein. Ich mach mein Foto. Schick mir das Foto. Perfekt. Gut. Wer sonst noch? Jemand mit Roh... Ah, die da fehlt uns auch noch. Das da müsste gut sein. Perfekt. Jawohl. Äh, uns fehlen noch wie viele Leute? Ein paar. Hier sind auch ein paar Rollen. So, das macht die Sache nicht gerade leichter. Hm. Einer mit Grünhaaren. Oh, noch zwei Minuten. Warte mal. Hm. Also ich glaube, ja. Der im Auto fehlt uns. Oder schick mir das Foto. Gibt es perfekt? Jawohl. Uns fehlt noch eine Person. Und zwar die mit den komischen grünen Haaren. Da ist sie ja. Hab sie gefunden. Aber das Skypad wackelt so arg. Ist das perfekt? Ja, das ist perfekt. Sehr gut. Sieht aus, als hättest du alle Fotos im Kasten. Wenn du bereit bist, deine Mission zu beenden, berühre ich fertig. Wenn du weiter fotografieren willst, ist das natürlich auch in Ordnung. Sind wir fertig? Ich will noch einmal kurz gucken, ob diese spezielle Person da ist. Wir sollten ja einen Bonus machen. Die habe ich vorher mal gesehen, die Person. Dieses komische Wesen. Aber jetzt nicht mehr. Scheint auch nicht mehr zu kommen. Okay, wir sind fertig. Fotografieren, beenden. Ja. Alles im Kasten. Mission erfolgreich. Alles 100 Punkte. Perfekt. Plus 100. Noch ein bisschen Zeitbonus. Insgesamt 672. Weiter. Du hast Kamera zum ersten Mal geschafft. Dafür gibt es eine Marke. Du hast deine erste Perfektbewertung erhalten. Dafür gibt es eine Marke. Perfekt. Ich freue mich schon auf die Zeitung von morgen. Was für eine Titelseite. Das war gute Arbeit heute. Blicken wir doch mal zurück. Schönes Bild. Sehr schön. Also hier können wir jetzt die Bilder sehen, wo wir gemacht haben. Siehen alle sehr toll aus. Ich finde, die Menschen sehen auch voll lustig aus. Also es sieht echt cool aus. Okay, das war glaube ich die letzte. Ja. Ende. Jupp. Was für ein Bericht. Bei deinem nächsten Auftrag gilt es, ein paar echte Stars zu fotografieren. Und wir haben das nächste freigeschalten. Ski. Oder Ski. Ski. Egal, wie man es ausspricht. Ski wahrscheinlich. Diamond City. Das haben wir doch schon gesehen, Mann. Da ist bestimmt auch mehrere Level. Vermute ich. Start. Ja. Fünf Level. Perfekt. Hier. Redakteur. Haben wir das nicht auch schon gesehen? Mona, ich bin's. Du bist jetzt im Theater, oder? In heutigen Vorstellungen soll es Gastroftritte von ein paar Stars geben. Was ich von ihr brauche, hier sind gute Fotos von diesen Stars. Die Vorstellung fängt gleich an. Also gut, schau auf die Bühne. Okay. Heute drehen fünf Stars auf. Ich brauche Fotos, auf denen sie lächeln. Achte auf das richtige Timing, damit du ihre lächelnden Gesichter fotografieren kannst. Und pass auf, dass dir der Film nicht reicht, äh, dass dir der Film nicht reicht, ausgeht. Was? Du hast drei Minuten Zeit. Für ein Foto von diesem bezahrenden Wesen gibt es heute wieder einen Bonus. Alles klar. Ich wette, du bringst mir ein paar tolle Fotos von lächelnden Stars. Bäh. Perfekt. Was für Stars. Oh Gott. Ist das schon jemand, wo wir brauchen? Ich glaube nicht. Der steht da oben. Lächelt. Lächelt der. Das ist doch kein Lächeln, wirst du mich verarschen. Nein! Wie kurz hat er gelächelt? Der Typ brauche ich aber. Das ist wieder kein Lächeln, weg dich. Das ist doch kein Lächeln. Willst du mich verarschen oder so? Ähm. Nein! Jetzt geht der weg. Hier ist aber ein Typ, wo ich brauche. Hallo? Jetzt ist es dunkel. Und nur einer ist beleuchtet. Und wo ist das? Ah, ich blick das nicht. Brauche ich den Typ? Nein, ich glaube nicht. Aber die da. Ja, das passt. Das müsste das erste sein. Das passt. Perfekt, jawohl. Okay. Jetzt wird hell, Mann. Dunkel ist scheiße. Da sehe ich gar nichts. Ähm, ja. Ah, hier der Typ, oder? Ne, der da. Lächeln. Lächeln, mein Freund. Ist das ein Lächeln? Ich weiß es nicht, ob das ein Lächeln sein soll. Ich glaube aber eher nicht. Ah, der muss den Mund also aufmachen. Okay. Der lächelt aber hier. Nein! Gerade macht er den Mund zu. Gerade macht er den Mund zu. Voll schwer. Jetzt aber. Das ist okay. Perfekt. Okay, gut. Aber ich habe Angst, dass uns der Film nicht reicht. Wir hätten nur noch 10 Bilder. Nein. Nein! Schlecht. Ja, okay. Ich weiß. Ja. Ja, perfekt. Egal. Perfekt, ja. Einer perfekt. Ich wollte eigentlich auch nur den einen, aber... Ja, das müsste auch gut sein. Was geschnitten? Da ist gar nichts geschnitten. Nein, 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 nein. Ich will das Bild nicht zeigen, Mann. Das ist scheiße. Ja, ich weiß, dass es kein Lächeln ist. Ah, ich will den Typ nicht. Das müsste jetzt aber okay sein, außer zu klein. Perfekt. Gut, gut. Ja, wie... Die fehlt uns auch noch. Okay. Ah, nein, da haben wir schon 100. Kirst, den fehlt uns noch. Mit so komischen grauen Haaren. Die ist gerade, glaube ich, nicht im Bild. Nee, da oben. Hoffentlich ist das nicht zu klein. Perfekt, jawohl. Sehr gut aus. Sieht aus, als hättest du alle Fotos im Kasten. Wenn du bereit bist, eine Mission zu beenden, berühre dich fertig. Wenn du weiter fotografieren willst, ist das natürlich auch in Ordnung. Komm, wir sind fertig. Jo. Alles im Kasten. Ja, das war jetzt aber auch anstrengend. Mission erfolgreich. Haben wir halt wieder dieses Bonuswesen nicht. Ist aber auch egal. Insgesamt 645 ist gut. Du hast Level 2 zum ersten Mal geschafft. Dafür gibt es eine Münze. Du hast deine erste Perfektbewertung erhalten. Dafür gibt es eine Marke. Ja, vorher gab es auch eine Marke. Habt es nur falsch ausgesprochen. Ich wette, morgen verkauft sich die Zeitung wie von selbst. Absoluter Verkaufsenkort. Das war gute Arbeit. Heute blicken wir doch mal zurück. Wieder unsere 100 Bilder. Wollen wir sie angucken. Nein, ich also nicht. Wir haben die ja alle gesehen. Kann ich hier kurz durchblättern. Äh, Ende. Gut gemacht. Fotografiere die Geister. Redakteur. Mona, ich bin's. Tut mir leid. So spät noch anzurufen. Ich habe gehört, dass in der Stadt ereignet sich nach Nertz unerklärliche Dinge. Anscheinend stecken Geister dahinter. Ich brauche Fotos von diesen Geistern. Also gut. Zieh es einfach mal aus dem Fenster. Ja. Es gibt 5 Arten von Geistern. Man sagt, sie werden nur auf Fotos sichtbar. Fotografiere alle, was seltsam scheint. Und liefere mir Ganzkörperaufnahmen. Okay. Du hast 3 Minuten Zeit. Aber pass auf, dass dir der Film nicht ausgeht. Heute gibt es natürlich wieder einen Bonus für dieses bizarre Wesen. Ich zähle auf dich. Bring mir ein paar gute Geisterfotos. Pass auf dich auf. Okay. Wir machen's wieder. Alles, was seltsam ist. Start. Schick mir dein Foto. Ja. Der Geister... Zu klein. Okay. Kann ich ja nicht wissen. Wieder schauen, ob irgendwo was seltsames ist gerade. Ah, da oben, da oben. Hä, wo ist das? Nein. Wo ist gerade was seltsames? Nein. Schlechtes Foto. Das war dieses komische Wesen. Wo tanzt hier was? Hier muss doch irgendwo ein Wesen sein. Das K. Ach, da unten. Das muss jetzt aber gut sein. Eigentlich. Den wollte ich gar nicht. Den wollte ich gar nicht. Okay. Also dem einfahrenden Auto müsste er auch Geist sein. Hier. war es nicht von vorn. Was labert der? Was labert der? Oh, das ist schlechtes Foto. Sehe ich selber. Schaut nicht ins Bild. Jawohl. Soll ich wissen, ob der ins Bild schaut oder nicht? Wo ist noch was seltsames? Check ich jetzt gerade nicht so ganz. Hier. Das da sieht doch mal lustig aus. Etwas zu klein. Willst du mich eigentlich verarschen oder so? Oder wie? Oder was? Ich glaube schon, dass der mich verarschen will, ja. Katzen. Wieso leben Katzen in der Kiste? Was soll das? Hm. Der Typ hatten wir schon. Fahren des Autos ist langweilig. Was hat der für Probleme? Passiert da was? Perfekt. Wow. Glück gehabt. Ähm. Wieso leben Katzen? Also. Hm. Verstehe ich immer noch nicht ganz. Achtung. Oh, wann. Was soll denn das gerade hier? Verstehe ich nicht. Hm. Oh, shit. Das ist ein bisschen angeschnitten. Das ist ein bisschen angeschnitten. Ich hoffe, es gibt nicht... Ah, perfekt, perfekt. Gut. Ich habe alle, oder? Nein, einer fehlt noch. Achtung wieder auf das Autor. Ich hoffe, das ist gut so. Komm. Wieso? Schaut nicht ins Bild, Mann. Was soll denn das? Wird er mich eigentlich verarschen? Der muss doch irgendwann mal ins Bild schauen. Jawohl. Das muss gut sein. Ja. Perfekt. Es fehlt noch ein Geist. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Hm. War es noch 30 Sekunden, Alter? Verarsch mich doch. Hm. Äh, ja. Ich habe keine Ahnung, wo der Geist sein soll. Da war einer. Ich habe zwar keine Ahnung. Bäh, kein Geist im Bild. Ja, ich weiß, dass da kein Geist ist, Mann. Tauch auf. Nein. Ja, super. Wo sollte der auch sein? Mission gescheitert. Dieses Geist hast du leider nicht erwisst. Geh zurück zur Aufposition und wirst es noch einmal versuchen müssen. Ja, probieren wir es noch mal. Aber jetzt wissen wir ja ungefähr, wo die Geister sind. Ist schon mal gut. Dass wir es ungefähr wissen. Ah, schlecht. Also. Irgendwo in einem Auto, wo niemand drin ist. Wo ist der? Ach, da oben ist einer. Nein, 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 nein. Wo war das? Fuck, fuck, fuck. Da unten. Der ist gerade weggegangen. Super. Ah, nein, der erscheint noch. Perfekt. Jawohl. Polter. Komm, bitte. Lass uns ins Bild gucken. Ja. Perfekt. Und dahinter Clay nochmal. Etwas angeschnitten. Was war jetzt das? Hm. Keine Ahnung, wieso ich die jetzt getroffen habe. Verstehe ich nicht. Was fehlt mir noch? Irgendjemand mit einem blauen Gesicht. Den hatte ich. Ach, da ist einer. Nein, das ist dieser blöde Tänzer. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Kein Geist im Bild, okay. Hä? Da ist auch kein Geist. Super. Ach, da unten, da unten, da unten. Nein. Ich muss wieder schauen, wo was ist. Nein. Ich muss wieder schauen, wo was ist. Hier müsste doch jetzt eigentlich was sein, oder? Alter. Der war doch da. Da sieht man wieder nix. Ach Gott. Das bringt doch nix. Wahn. Der Geist sieht man nicht. Es muss erst wieder so dunkel werden, so blitzen. Blitz jetzt. Wieso blitzt es nicht? So, jetzt. Aber das müsste jetzt perfektes Föhr zu sein. Komm, bitte lass es perfekt sein. Etwas zu klein, willst du mich verarschen? Nein, der will mich doch verarschen. Der will mich doch wirklich verarschen. Ach, fuck. Ich check das hier voll nicht. Das ist voll schwer. Wo ist jetzt das Ding hin? Ach, nein. Jetzt ist der wieder weg. Ich hab fast keine Zeit mehr. Ja, das reicht eh nicht. Seh ich jetzt schon. Lass das nicht rein. Hä? Okay, das war aber ein perfektes Bild. Da bin ich gerade so rüber. Okay. Perfekt, das ist perfekt. Okay. Da war doch hier oben. Wenigstens habe ich den. Der müsste getroffen werden. Ich will doch den ja nicht. Ich will den dahinter. Hä? Siehst du aus, als hättest du alle Geister im Kasten zu beenden. Wenn du fotografieren willst. Natürlich auch in Ordnung. Okay, das haben wir schon gelesen ein paar Mal. Aber ich will das jetzt nochmal probieren. Nein, gerade ist er wieder normal geworden. Ah, doch. Der ist nur da. 80 ist okay. Besser wie gar nichts. Katzen. Fotografieren nochmal Katzen. Die reden doch über etwas. Komisch. Oh, mach mal beenden. Kriegt mir noch einen Zeitbonus von zwei Sekunden. Hart. Mission erfolgreich. Zwar nicht perfekt, aber egal. 402, okay. Du hast Level 3 zum ersten Mal geschafft. Dafür gibt es eine Marke. Wird ich dann selber noch ein paar spielen. Ich werde die Zeit bewirken. Die absolute Horrorshow. Brrrr, wirklich zum Gruseln. Das war gute Arbeit heute. Wir blinken doch einmal zurück. Nein, tun wir nicht. Bam, 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 bam. Schaut die Bilder an. Habt ihr sie gesehen? Ende. Level 4 knipst die Stars, glaube ich, war es oder so. Mona, ich bin's. Bist du sicher? Im Theater angekommen? Bei dieser Aufführung treten alle Starsteller in Schweinekostüme auf. Natürlich brauchen wir wieder Fotos von den Stars, die heute Abend dabei sind. Die Vorstellung fängt gleich an. Also gut, schau auf die Bühne. Okay. Aber wie soll man die erkennen, wenn die Schweinekostüme sind? Es sind fünf Stars auf der Bühne, aber im Kostüm sitzt es schwer zu erkennen. Achte also darauf, dass du immer das richtige Gesicht fotografierst. Ja? Du hast drei Minuten Zeit, aber pass auf, dass dir der Fähne nicht ausgeht. Heute gibt es natürlich wieder einen Bonus für das Foto des bizarren Wiesens. Alles klar, ich wette, du bringst mir ein fantastisches Foto von den Stars. Okay. Machen wir das. Was für Stars? Okay. Das wird echt nicht leicht. Ja, ihr könnt auch mal nach vorne gucken. Ich glaube, die da ist es, aber die rennt schon aus der Bühne raus. Okay. Der ist nicht. Der da aber. Oh, fuck, was soll denn das? So schnell kann man niemals reagieren. Was? Kein Steinbild, wo er... Wo soll ich wissen, welche Haarfarbe die haben? Nee, sowas wäre mir ganz sicher nicht. Ach Gott. Wollt ihr uns eigentlich verarschen oder so? Das ist... Etwas zu klein, das ist mir so egal. Ich will einfach nur hier das schaffen. Etwas zu klein, nicht von vorn, egal. Das müsste ja auch stimmen. Ich wollte eigentlich den da vorne, aber... Ja, doch, passt doch. Es fehlt mir nur noch ein komischer Typ mit so einem komischen eckigen Gesicht. Na, cool. Ich habe alle. Sehr gut. Sieht aus, als hätten du alle Fotos im Kasten. Wenn du bereit bist, deine Mission zu beenden, Büro, fertig. Wenn du weiter fotografieren willst, ist es natürlich auch in Ordnung. Ich bin fertig, ich habe keinen Bock drauf. Das 100% zu machen, ich denke, so ist ja okay. Mission erfolgreich. Aber es sind gute Spiele, muss ich sagen. Also, das Spiel gefällt mir auch ziemlich gut. Dafür gibt es eine Marke. Wie viele Marken haben wir schon? Ein paar. Die Zeitung wird morgen sicher eine unglaubliche Schweinerei. Oh, Wortspiel, du Hardcore-Kind. Bravo. Saustarke Vorstellung. Pah, diese Flachwitze hier. Egal. Es war eigentlich ziemlich gut, die Fotosession hier. Mal, wenn das letzte fotografiere die Models. Redakteur. Monat, ich bin's. Du hast den Zuge noch erwischt? Am Rande der Strecke ist das Zuge leben viele Models. Deine Aufgabe ist es, die Schönheiten dieser Models ins Bild zu setzen. Der Zug fährt gleich los. Schau einfach mal aus dem Fenster. Perfekt. Siehst du ein Model? Mach ein Foto, bevor es aus dem Bild verschwindet. Es gibt insgesamt fünf Models. Sie brauchen wieder Fotos von Gesichtern. Du hast drei Minuten Zeit, aber pass auf, dass der Film nicht ausgeht. Natürlich gibt es heute wieder den Modus für ein bizarres Wesen. Also gut, ich wette, du bringst mir wieder ein paar Fotos von wahren Schönheiten. Okay, machen wir doch. Ja, zeig erst mal, wie die Leute aussehen sollen. So, jemand habe ich noch nicht. Oh, das fährt ja. Brauchen wir nicht. Oh, da sind sie so weit hinter im Hintergrund, Leute. Hey, langsackig, ist das schwer. Wie sieht das denn aus? Das sieht voll ähnlich aus, aber das ist mir erst viel später aufgefallen. Oha, das ist ja mal voll schwer. Äh, jo. Joa, okay. Nein, nein. Es ist verschwunden. Ähm, ist okay. Geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell hier gerade. Das müsste okay sein. Etwa zu klein, das ist egal, das ist egal. So ein komischer Typ brauche ich nicht. Die da könnte ich gebrochen. Noch zwei Minuten nach, da hinten. Nein, es ist schon wieder weg. Ähm. Nee. Nee. Mach ein Bild davon. Hauptsache Bild, das reicht. Nicht in der Bildmitte, nur 60 Punkte, schlecht. Wie sollen noch die anderen aussehen? Okay, Zug, fahr wieder zurück. Aber ist ja auch nicht schlecht hier gerade. Also finde ich ganz gut gemacht, eigentlich jedes Level. Cool, Melone. Warte, davon will ich ein Foto machen. Was sind Melone? Was zum... Fake. Da oben war noch jemand, habe ich schon. Da oben war noch jemand, habe ich schon. Guck her. Guck her. Die guckt weg. Kein Model im Bild. Was? Was willst du, Mann? Ach so, stimmt. Das waren die falschen Haare. Schlecht. Schlecht. Ich habe nicht mehr viel Zeit, Mann. Sieht schlecht aus hier gerade. Okay. Ach nein. Richtig schlechtes Bild. Zu klein und scharf nicht. Das Bildmitte, 20 Punkte. Ich will nur das schaffen hier gerade. Ich will nur das schaffen hier gerade. Müsstest du das? Sieht so aus. Zu klein. Egal. Und wo ist die letzte? Oder der letzte? Der mit den kurzen Haaren? Der gibt es hier nicht. Der gibt es hier nicht. Scheiße. Nein. Nein. Eine Katze? Ja, das reicht mir von der Zeit her nicht. Ha, fuck, Mann. Ist das unfair. Neustarten. Boah, diese Sekunde hat sich auch gelohnt gerade her. Okay. Zeig, was für Schönheiten. Andere. Ach Gott, was war jetzt das? Ich wollte das gar nicht drücken. Ich wollte eigentlich, dass der Zug losfährt. Ein Misskäffer? Ehrgeizig. Hm. Fertus, diese Person? Nein. Fertus, diese? Nee. Nein. Die sind irgendwie alle gar nicht so auffällig, die Persona. Voll unscharf. Ach. Aber egal. Besser wie gar nichts. Sag ich da immer. Ich glaube, die brauchen wir auch, ja. Viel zu klein, aber das ist uns egal. Nee. Brauchen die nicht. Also für mich ist das viel anders wie das, was ihr auf dem Bildschirm seht. Boah, das war schlecht. Eh, kann ich besser machen. War es kein Model? Hä? Ist das der nicht? Hä, was habe ich gerade geguckt für Scheiße? Das ist der natürlich nicht. Hab gerade irgendeinen Scheiß fotografiert. Da vorne. Irgendwo. Hä? Wo war der? Nein, das ist auch falsch. Es wäre auch komisch, wenn das ein Model wäre, muss ich sagen. Wie lange noch? Zwei Minuten. Hä? Wo sollen die sein? Weiß nicht mal genau, wie die aussehen. Aber der da, oder? Ja, den brauche ich genau. Okay. Schlecht. Jetzt fehlt mir noch so Kirsten. Und nochmal, also nur graue Haare. Okay. Ich mache jetzt einfach Bilder von jedem, der graue Haare hat. Der da, auf dem Gehweg. Guck, geh in die Kamera. Ja, das stimmt. Zu klein. Beides technisch, egal. Noch einer. Wo graue Haare hat. Bis jetzt sehe ich noch keiner. Der da. Aber der sieht gut aus. Ja, der passt. Okay, ist sehr gut. Zieht aus, als hätten du alle Fotos im Kasten. Wenn du bereit bist, deine Mission zu beenden, berühre fertig. Wenn du weiter fotografieren willst, ist es natürlich auch in Ordnung. Okay, wir sind fertig. Also, es gab gerade eine kleine Aufnahme-Fail. Aber ich habe es zum Glück gleich gemerkt. Jetzt habt ihr ja nicht gesehen, wie ich den Eintöp fotografiert habe. Ist aber auch nicht so schlimm. Das Bild war eh unscharf. Aber ich kann es euch jetzt ja auch noch kurz zeigen. Bei den Bildern. Also wirklich sorry dafür. Du hast Level 5 zum ersten Mal geschafft. Dafür gibt es eine Marke. Morgen wird die Zeitung ein Symbol für wahre Schönheit und Eleganz. Jawohl. Unglaublich. So schön. Es war eine gute Arbeit. Wir gehen doch mal zurück. Ja, schlechtes Bild. Also, der letzte war in diesem Boot hinten. War ja klar. Okay. Können wir beenden. Dann sind wir fertig. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bei Ski. Bis dahin. Ciao. Ciao. Viel Spaß.